Musik Wie bewertest du die Ergebnisse des schwarz-gelben Koalitionsgipfels? Das war echt ein Gipfel der Abenteuerlichkeit. Das war Kuhhandel, das war Bazar. Da ging es überhaupt nicht um die großen Herausforderungen an die deutsche Politik, sondern da hat sich eine Koalition eben noch Wahlgeschenke beschert für das Wahljahr 2013. Das Jahr zum Betreuungsgeld ist ein verheerender Fehler. Wir werden alles versuchen, das wieder zurückzunehmen. Das soll ja auch just in Bayerische Wahlkampftime am 1.8.2013 eingeführt werden. Wir wollen es sofort wieder abschaffen, wenn wir im Herbst hoffentlich in der Regierung sind. Die Behauptung, man hätte etwas getan gegen die Altersarmut, ist reiner Placebo. Du brauchst dafür 40 Beitragsjahre, du musst dich privat vorgesorgt haben. Wer kann das als Geringverdiener? Und dann bekommst du 10 bis 15 Euro mehr und davon profitieren dann etwa 2 Prozent. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, das als Politik gegen die Altersarmut zu verkaufen. Vor einem Jahr wurde der nationalsozialistische Untergrund entdeckt. Was ist seitdem passiert? Es ist praktisch in der Änderung der Sicherheitsstruktur nichts passiert. Und das ist ein verheerendes Versagen und eine Unwilligkeit der Bundesregierung und allen voran des Bundesinnenministers, tatsächlich Konsequenzen aus diesem Totalversagen der Sicherheitsarchitektur in unserem Land zu ziehen. Wir brauchen keinen MAD mehr. Wir brauchen keine V-Leute, die ja keine demokratischen Informanten sind. Wir müssen die Sicherheitsarchitektur komplett neu ausrichten. Denn so schafft sie keine Sicherheit. So schützt sie nicht die Verfassung, sondern gefährdet unsere Grundrechte hier in diesem Land. Morgen wird in den USA gewählt. Was für einen Präsidenten wünschst du dir? Das ist eine schwierige Frage. Ich wünsche mir Michelle Obama als Präsidentengattin. Nein, ich wünsche mir natürlich, dass die Demokraten gewinnen. Ich hoffe, dass ein dann zum zweiten Mal gewählter Präsident mehr Raum hat, tatsächlich seine Ankündigungen durchzusetzen, auch mehr Freiheiten hat. Aber es steht ja auch zur Debatte, braucht man in Amerika staatliche Strukturen? Braucht es einen starken, handlungsfähigen Staat? Oder wird alles in Richtung noch mehr privatisiert? Und ich hoffe, dass nicht zuletzt durch die Erfahrungen jetzt mit der Naturkatastrophe Sandy möglicherweise ein Bewusstsein darüber bei den Wählerinnen und Wählern entsteht, dass es eben tatsächlich staatliche Strukturen braucht und nicht eine Privatisierung von sozialen Risiken.